Pirouetten aus der ersten Position. Dann machen wir erste Position. Arm und Fuß zur Seite auf. Dann gehen wir tief. Nur den Fuß hoch. Hoch, passiv. Und tief. Dann wieder Arm und Fuß zur Seite auf. Und tief, ihr wisst, die Richtung, der Fuß. Und drehen. Und erste Position. Machen wir es mit Musik. Und tief, auf. Erde Position gehen hoch. Tief, auf. Erde Position drehen. Gleich noch einmal. Au, erde Position gehen hoch. Tief, auf. Erde Position noch gehen und drehen. Gleich noch einmal. Au, erde Position hoch. Tief, auf. Erste Position. Letztes Mal. Auf und tief. Auf und tief. Auf und links. Jetzt immer die andere Seite. Auf und tief. Auf und tief. Auf und tief. Die Richtung jetzt. Auf und tief. Auf und tief. Letztes Mal. Noch ein zweimal. Auf und dann den gleichen Arm mit Fuß. Und tief. Letztes Mal. Auf und tief. ğa Duke. euer. euerR